Bundespräsident Heinz Fischer hat sich jetzt zum Asylthema geäußert. Dabei forderte er eine humanitäre Lösung im Fall Arigona Sogai, die ja vor der Abschiebung steht. Im Fall des geplanten Asylzentrums im Burgenland sprach sich Fischer dafür aus, auf die Sorgen der Menschen einzugehen. Umgekehrt müsste man aber auch verantwortungsvoll mit den Menschen der Flüchtlinge umgehen, so Fischer.